Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Castle Storm. Sparen wir uns jetzt vorerst mal und gehen das an. Jage die Truhthähne, verdiene mindestens 3000 Gold. Okay. Da kommen Truhthähne jetzt irgendwo her. Wo kommen die? Äh, Truhthähne? Ah, da oben. Warte, da oben habe ich sie jetzt nicht gesehene. So, die Truhthähne sind hier. Das läuft ja wunderbar, Leute. Hier sind die Truhthähne. Noch welche. Jawohl, den Truhthähne haben wir es gegeben. Und alle weggeschossen. Das ist eine coole Mission. Das sind so Witzmissionen. Da war ich geil. Wir haben das Bonusziel. War es nicht erreicht? Oh. Oh, um 50. Knapp, Leute. Knapp, knapp. Wahrscheinlich, weil ich am Anfang die scheiß Truhthähne nicht entdeckt habe. Ich dachte, die sind hinten. Da sind die vorne. Das ist natürlich kacke. So, Leute. Das wird nur abgegradet, aber... Boah, der ist teuer. Ne. Dann lieber das. Das macht jetzt richtig Damage. Männer Damage. Nicht so ein Pussy Damage. So. Zerstöre mindestens drei gegnerische Räume. Das schaffen wir Besätze mit denen Truppen die Mine. Das heißt, ich soll es in der Mitte wahrscheinlich einnehmende. Also, das nehme ich jetzt mal so an. So, wir spielen da gleich mal mit. Denen zeigen, wo es lang geht hier. So. Aua. Wow, was ist denn das für einer? Okay. Okay. My death is not in pain. My death is not in pain. So, Leute. Wir müssen jetzt langsam mal die Burg da kümmern. Jawohl. Der hat gesessen. Ihr habt es gesehen. Der ist hilft was. So, wir sollen die Truppen hier... Oh, sind die falschen. Wir nehmen jetzt mal den. Das ist natürlich jetzt blöd hier. Wir müssen die... Da rein müssen wir. Genau. Ja, wir brauchen unseren Garret wieder. Unsere Truppen müssen da rein. Das ist natürlich scheiße, wenn die irgendwann vernichtet werden. So. Der haut natürlich richtig rein, hier der Dicke. Aber eigentlich braucht man den gar nicht umhauen. Das machen wir nämlich so. Und dann fliegt wieder was rüber. So, wir brauchen Truppen. Wir nehmen die Schnellen hier. So, einen Explodierding da hin. Das hat gepfeffert. Und die Steine hinten nach. Beziehungsweise den dicken Stein. Aber irgendwie der hat nicht so viel Damage. Das ist das Problem. So, wir brauchen hier Leute. Zack. Das rein. Ja, der Dicke macht schon Damage. Also dem das reinhauen. Das hat schon Sinn. Der macht die alle hier. Das reicht eigentlich. Da brauchst du sonst keine Gegner mehr. So. Wir nehmen den noch. Den noch. Den noch. Unsere Leute sollen die Mine besitzen. So. Der gehört auch uns. Zack. Da war's rein. Das da müssen wir nur platt machen. So. Wir brauchen Leute wieder. Auf. Ich bin hier. Ja, mein Liege. Ich antwere die Kälte. Ich serviere die Königin. Mein Kampf ist dein, mein Liege. Ich bin hier. Noch so einen. Ich bin hier. Den hier. Der muss jetzt den Weg hier freiräumen, dass die nicht auf dumme Gedanken kommen, die Gegner. Wir müssen die Mine hier einnehmen. Jawohl, das läuft. So. Darüber. Und da noch was. Und den nehmen wir auch noch ein. Zack, den Ritter hier. Zack. Und wir schicken unsere Leute. So, das hat wunderbar funktioniert. Wir müssen unsere Leute da durchschicken. Und, ah, Verstärkung. Dann machen wir das so. So, da rüber wieder was. Jawohl. So, dann müssen wir wieder Leute rüber schicken. Die Mine haben wir ja fast eingenommen. Wir werden jetzt Herr Garretty wieder absichern. Und dann sollte das gehen. So, da noch was drüber. Und noch was. Jawohl, da rumsetzt da drüben. Und Herr Garret wird unseren Sieg hier decken. Jawohl. Wir haben gewonnen. Dem haben wir es gezeigt. Dem scheißer. Komm, gib mir Moos. Gib mir Moos. Ja, gib's mir. Schön viel Kohle, bitte danke. So, jetzt muss ich aber mal ins Menü. Weil ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen. Okay, beim letzten der Erzmine. Hier tut sie nichts Neues, nehme ich an. Nein, das passt. So, kann man Sir Garretty vielleicht ein bisschen ausrüsten. Wo ist denn der? Ja, hier. Dass er mehr Leben hat, mehr zuschlagen kann. Ja. Aber ich würde sagen, da gibt's Wichtigeres wie ihn. Das ist doch immer nur das Wichtigste. Das macht mir zu viel Schaden. Eierpfeile, ja. Das sind's mir aber lieber, wenn meine Soldaten mehr Damage machen. Wir nehmen immer den. Das heißt, den sollten wir jetzt langsam einmal upgraden, ne? Dass die auch ein bisschen Damage hier machen. Jawohl, das ist es wert. Die sollen reinhauen. Wunderbar, wunderbar, Leute. So, zerstöre die Burg oder eroberte Flagge. Absolute die Mission in 0,30. Ja, das wird jetzt schwierig. Das heißt, die Flagge nehmen auf schnell. Da bin ich neugierig. Was macht ihr hier? Sorry, Leute. Jetzt aber nützen müssen. Ist der besoffen? Alter. Solche Leute brauchst du in deiner Army? So, wir schießen da die Burg jetzt klein. Oh, der Dicke da, der ist sehr nützlich. So, den Dicke da noch. Ich will den Dicke hier. Jawohl. So, und jetzt. Machen wir wieder die Burg hier klein. Wir haben da keine Abklingzeit dran, aber ne halbe Minute schaffe ich trotzdem nicht. Wir müssen hier auch hin und wieder... Wir müssen hier auch hin und wieder... Der kriegt das hier in den Rücken rein. Das ist natürlich auch scheiße. Schwierig, schwierig, aber machbar. Aber nicht in deiner halben Minute. Ich muss diesen Raum da unten, weil dann fliegt nämlich eh alles zusammen, wenn ich den da habe, Leute. So. Und wir haben es geschafft. Was, Niederlage? Nee, wir haben es nicht geschafft. What? Hä? Zeit ist abgelaufen? Oh, was ist denn die Zeit? Wie viel Zeit haben wir da? Ich war definitiv zu langsam, Leute. So, das überspringen wir jetzt. Äh, Moment. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir es hier an. Ah, da oben sieht man die Zeit. Das ist mein Fehler, Leute. Da müssen wir doch ein bisschen mehr ran hier. So. Wir werden das da oben platt machen. Da müssen wir einige noch rüberschießen. Das, dann müssen wir treffen. Dann haut es hin. Aber zuvor werden wir die da nur einnehmen hier. Die Gegner. Weil, dann haben wir ein bisschen Ruhe hier. Dass die Gegner nicht durchkommen. Da geht es um die Zeit. Ja, ist sie cool aus jetzt. Oh, noch zwei Räume. Das wird knapp. Ah, das ist so knapp, Leute. Aber fast hätten wir es geschafft. Wo ist denn der letzte Raum? Der ist da vielleicht, ne? Ja, da müssen wir noch schneller ran, Leute. Was soll ich sagen? Noch schneller geht es ja gar nicht mehr. Ich gebe eh schon Vollgas. So. Ja, wir müssen da einfach draufhauen ohne Ende. Den Raum da unten müssen wir auf jeden Fall da zusammenhauen. Dann fliegt der Rest alleine zusammen. Der schnappt sich die Klage. Aber gut, das wird sich nicht ausgehen in dieser Zeit. Das Problem ist nur, das hält zu viel aus hier teilweise. Wir müssen das da hinten zusammenhauen. Dann fliegt der Rest automatisch zusammen. Halbe Minute haben wir noch. Das könnte klappen. Verzichte jetzt auf alles andere. Ich mache hier nur diesen Damage hier. Ah, Mann. Verpiss dich. Schießt mir der meine Dinger hier ab. Na komm. Ah, nee. Schießt mir der meine Dinger ab. Was ist denn das für ein Arsch, ey? Da kommt nichts mehr an. So ein Scheiß da. Ach, Leute. Jetzt haben wir wegen dem Scheiß verloren, ey. Dass der mir das abgeschossen hat dreimal. So ein Scheißdreck, ey. Mann. Jetzt muss ich es nochmal machen. So ein Dreck aber auch, ey. Ey, das ist so eine Nerv-Mission. Wie kann man eine Mission auf Zeit machen? Das ist doch uns dämlich. Ihr seid mal nicht böse. Das ist schon wieder nervig, Leute. Auf Zeit ist immer Scheiße. Ja, der schießt mir meine... Ja, schieß sie ab, dass nichts du... Alter. Das nervt, Leute. Das nervt echt. Ja, jetzt hat er mir das wieder abgeschossen. So, das wird wahrscheinlich wieder nichts werden. Wir sind in der Zeit schon richtig schlecht. Ich weiß nicht, was er noch machen soll. Irgendwas haben wir hier nicht mitgenommen. Die Steine würde ich brauchen. 30 Sekunden, Leute. Ich beeile mich, aber... Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich werde jetzt einfach nur mehr draufhauen hier. Na komm, gib. Das da unten müssen wir platt machen. Aber das werden wir nicht mal schaffen, rechtzeitig. Kommt nicht an teilweise. Was ist denn das? Der Raum da unten ist auch so scheiße gesiegt. Wieso kommt mein Schuss nicht an? Hallo? Kann mich nicht um das kümmern, um das kümmern, um das kümmern. Das ist kacke, ey. Ich kann nicht gleichzeitig schießen und... Deffen und whatever die nur wollen, ey. Das geht einfach nicht alles gemeinsam. Boah, bin ich froh, wenn ich die geschafft habe, wenn ich sie schaffe. Das ist so eine typische Kackmission. Ja, jetzt brauchst du aber auch nur noch. Das ist so eine typische Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack. Ich hasse diese Mission. Ja, da. Der deckt die auch noch, dass man nicht rüberschießen kann. Das ist natürlich dann doppelt Scheiße, Treffer-Scheiße. Wer hat denn jetzt hier meine Schüsse wieder abgehalten? Wenn meine Schüsse nicht ankommen, wie soll ich denn dann das kaputt machen? So, jetzt aber. Gibt's doch nicht. Komm. Rüber, rüber, rüber mit dem Schuss. Ja. Baller da ordentlich rein da hinten. Komm, 20 Sekunden. Ich mach nicht genug Damage, Leute. Ich brauch da eine andere Burg. Ich brauch mehr Waffen. Ich brauch die Steine oder sowas. Das sind nur immer zwei. Die macht keinen Fun. Die nervt einfach nur. Aber du musst leider drüber, damit du weiter kannst. Das geht leider nicht anders. So ein elender Dreck da, ey. So, hoffentlich funktioniert das jetzt besser. Ja, ich merk da leider keinen Unterschied zu easy. Hab ich jetzt mehr Zeit oder was? Nö, ich hab die gleiche Zeit. Also was soll da bitte leicht sein jetzt? Also ich kenne da keinen Unterschied zu medium oder hard, Leute. Na komm, schieß ab. Scheiße, dass da immer nur einer weggeht. Den einen Raum da unten müssen wir nur platt machen. Hammer ihn jetzt. Nee, hammer nicht. Scheiße. So, hoffentlich klappt das jetzt. Das ist so eine Nerv-Mission. Ach komm. Zehn Sekunden. Das wird wieder nix, Leute. Okay. 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 Wieso habe ich die überhaupt nicht dabei? Egal, welche Kackburg du nimmst, das ist die verkehrte. Ich brauche diese Drecksteine einfach. So. Jetzt. Ohne diese Scheißsteine wird das nix. Ach ja, übrigens, Leute. Da können wir gleich wieder rausgehen. Spiel verlassen. Tschüss. Tschüss. Du kriegst nicht mehr Zeit auf Easy. Also, was hier die unter Easy verstehen, das will ich auch mal wissen. So. Ja, so viel Erfolg haben die Steine hier aber auch nicht. Dann bringt der gar nix, wenn ich die wenigstens gleichzeitig schicken könnte. Aber nee. So. Wir haben zu wenig Power hier. Ich komme nicht durch mit den Steinen hier. Es fliegt zwar so halbwegs zusammen, muss man sagen, aber... So. So geht es. Jetzt habe ich was ja draußen hier. Lassen wir doch nicht fokken. Das kann man x-fach drücken, Leute. Auf das musst du mal kommen. Endlich. Gott sei Dank haben wir die Mission geschafft. Die größte Nervenmission im Game bisher. So. Wir haben 11.000 Gold. Ein komisches Schild. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Allerdings werde ich jetzt nochmal was probieren, Leute. Und zwar... Mal kurz da was gucken. Was ist das da? Das bringt es jetzt zwar nicht, aber ich nehme es mal mit. Ich will nur jetzt was probieren. Weil das kann nämlich sehen, dass das hier... Dann schieße ich die ganze Zeit da volle Wäsche. Das muss dann gehen. Anders sehe ich da keinen Sinn. Dauerbeschuss sozusagen. Ja, so könnte das auch funktionieren. Ja, das soll man wissen, dass man das hier dauernd schießen kann, Leute. Aber immerhin hat man nur ein bisschen extra Kohle gekriegt. Also gebracht hat es was. Und sogar das Bonusziel erreicht. Nice war. So. Ich werde jetzt nur kurz reingehen. Und meine Burg updaten. Das ist aktuellst. Dann machen wir nur die Ausrüstung. Bevor wir speichern. So. Der muss noch mehr Wumms machen. So, dass man es schneller wieder ready hat. Das bringt es natürlich schon. Gut, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Him...